Das sind Anna und Steffen. Beide sind BI-Entwickler in namhaften Unternehmen. In ihrer ehemaligen Unikneipe stoßen sie auf das Ende der Woche an. Steffen ist gedanklich schon im Wochenende, Anna wirkt allerdings, als bräuchte sie mehr als nur ein Bier. Gestern musste es schnell gehen. Nur einen Tag vor dem Management-Meeting musste sie herausfinden, warum eine Kennzahl im Dashboard falsch angezeigt wurde. Das Datenmodell dazu ist extrem komplex und die SAP-Standardmittel bieten wenig Unterstützung. Also hat sie sich stundenlang auf Systemrecherche begeben und die Datenquelle identifiziert, jeden Infoprovider einzeln auf Beladung geprüft, das Mapping der Kennzahl und jede Transformation gecheckt und ist alle DTPs durchgegangen. Der Fehler lag letzten Endes bei der Einschränkung eines DTP-Filters. Nachdem sie gestern um Mitternacht das Gebäude verließ, hat sie heute mal wieder ihre Mittagspause geskippt, um sich ganz den Auswirkungen der Änderung zu widmen. Denn der Fehler kann ja auch in anderen Dashboards zu falschen Zahlen führen. Oder die Änderung beeinflusst noch weitere Objekte. Mit Augenringen und leicht zu spät hat sie es schließlich in die Kneipe geschafft. Steffen staunt. Er hatte diese Woche zufällig ein sehr ähnliches Problem. Genug geschlafen und gegessen hat aber trotzdem. Steffens Firma setzt nämlich den SystemScout ein. Um einen solchen Fehler zu finden, braucht er nur ein paar Minuten. Er lässt sich den Aufbau des SAC-Dashboards anzeigen und sieht dort direkt, welches Objekt als Datenquelle verwendet wird. Weil es im SystemScout keine Systembrüche gibt, kann Steffen sich mit einem Klick den gesamten Datenfluss der Query anzeigen lassen. Um herauszufinden, welche Datenstränge für die fehlerhafte Kennzahl relevant sind und wie die Kennzahl fortgeschrieben wird, führt Steffen eine Mapping-Analyse durch. Im Gegensatz zu Anna muss er nicht jede Transformation einzeln aufrufen und prüfen. Stattdessen klickt er auf die betroffene Kennzahl und bekommt sofort das komplette Mapping über alle Ebenen angezeigt. Von der Query bis runter zur Data Source. Ohne sich durch jedes einzelne Objekt zu kämpfen, kann er sich zu jeder Transformation die Ziel- und Quellfelder anzeigen lassen. Wenn das Mapping überall stimmt, prüft Steffen als nächstes die DTPs. Während Anna alle DTPs einzeln aufrufen muss, kann er sich mit nur einem Klick alle Einstellungen und Filter übersichtlich anzeigen lassen. Zu guter Letzt möchte Steffen eingrenzen, in welchen Dashboards die Kennzahl noch verwendet wird. Anders als Anna, die in jedem Dashboard die Datenquelle prüfen muss, lässt er sich die Frontend-Berichte über der Query komfortabel anzeigen. Steffen hat in wenigen Minuten geschafft, wofür Anna mehrere Stunden gebraucht hat. Als Steffen Anna dann noch erzählt, dass der System Scout auch systemübergreifende Verwendungsnachweise, Code-Scans in ABAP und AMDPs, Objekt- und Systemvergleiche, Prozesskettenmonitoring und Housekeeping vereinfacht, ist Anna restlos vom System Scout überzeugt. Wenn Sie auch lieber Mittagspause machen, als stundenlang Systeme mit SAP-Standardmitteln zu durchforsten, empfehlen wir Ihnen dringend, den System Scout zu testen. Das ist sogar kostenlos.